Schuki-Banuki-Nightshift, jetzt die neue Folge, gleich nach dem Intro. Servus, Grüezi und Hallo zu einer weiteren Folge Schuki-Banuki-Nightshift. Heute sind wir zu dritt hier im Studio. Das ist einmal der Christian, der Daniel und meine Wenigkeit der Poojan. Und Christian hat wieder was richtig Schönes mitgebracht und zwar das Wahnsinnsfette Bräute und ich stelle euch folgende Frage. Welches Lebewesen entscheidet selbst darüber, ob die Nachkommen männlich oder weiblich sind? Oktopus. Ich meine, ich muss kurz lesen. Nein, die Drecksau. Die entscheidet auch einige Sachen, aber nicht das Geschlecht ihrer... Aber es ist unter Wasser, es ist eine Amphibie, Krokodil. Äh, nein. Bei Krokodilen war das mit den Eiern, ne? Ja, die Temperatur der Eier. Temperatur meiner Eier ist im Moment so... Wer beißt denn den Babys den Schniepel ab, damit es Mädchen werden? Und zwar aus der Tierwelt, jetzt bevor du dir eine falsche Antwort gibst und es jemandem diskreditiert. Ja, nicht, dass da irgendwelche falschen Sachen aufkommen. Also, Land. 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 Ich gebe euch mal einen Hinweis. Ist das ein Hinsikt? Es ist ein Hinweis. Solonopsis Invicta macht das. Ah, ja. Gut, das war's. Damit haben wir die Runde... Ich sag's euch nochmal, vielleicht wird's dann klarer. Solonopsis Incistas. Ist das irgendwie so ein scheiß Zauberspruch von Harry Potter? Ja, ich glaube auch, ja. Solonopsis Invictia. Ich bin kein Lateiner. Invictia. Invictia? Ja. Das ist eine Stechmücke. Die Mücke. Nee. Die Fliege. Nein. Ein Insekt. Nein. Ist es ein Tier? Ja, ein Insekt, ja. Du hast eben Nein gesagt. Das ist die Gottesanbeterin. Doch, ein Insekt, ja. Das ist die Gottesanbeterin. Nein. Sollen wir jetzt alles durcheinander erwarten? Nein. Es ist die Stechmücke. Ich löse es, glaube ich, direkt auf, weil sonst... Ich glaube, ihr braucht zu lange, ihr seid viel zu weit weg. Die Nilpferdmaus. Die Königin der Feuerameisen nennt sich Solonopsis Invictia oder Invictia, wie auch immer, ja. Also gut, dass es mehrmals überholt hat. Und die beim Eierlegen entscheidet... Ob die Schuhe anbleiben oder nicht. Genau. Dann lässt du die Socken an, gibt's die Hungs. Socken aus, Mädchen. Nein, es geht... Beim Befruchten können die das entscheiden. Die entscheiden das tatsächlich selber, ob es Männchen oder Weiblichen... Woher weiß man das? Hat man schon mal mit so einer gesprochen? Man hat mit Betroffenen gesprochen, in diesem Fall, ja. Und es gibt auch einen Arbeitskreis. Wir haben auch eine Selbsthilfegruppe gegründet. Genau. Die anonymen Feuerameisen. Und in dem Gesprächskreis kam es raus. Okay, also das heißt, da gibt's auch einen Feuerkreis Ameisenkönigin, die gesagt hat, ich stehe nur auf Mädels, deshalb verreckt mein Stamm. Genau. Das ist ja kacke. Aber wir haben noch die Frage, woher stammt die Redewendung ins Fettnüpfchen drehen? Ähm, wenn man Fett mit U schreibt, macht das überhaupt keinen Sinn. Was denn U-Fett? Kennt ihr das nicht? Unterfett? Nein? Ne, das ist ja im Taunus so. Da schreibt man Fett mit U, Bäcker mit O. Da sind die Gummistiefel aus Leder. Das ist halt ein bisschen anders, ne? Ja, ne. Wie war nochmal die Frage, bitte? Also Fettnüpfchen. Woher stammt der Ausdruck ins Fettnüpfchen treten? Gut, also Näpfchen kommt vom Napf, hat was mit dem Nachttopf zu tun. Napf ist schon mal nicht schlecht. Hat was mit dem Napftopf zu tun. Mit dem Napftopf. Nein, Napf ist schon mal gut. Damals, so im Mittelalter. Ja, ja, im Mittelalter ist auch gut. Hat man Fett angesammelt und in Näpfen zum Trocknen ausgelegt. Und wenn man nicht aufgepasst hat, ist da jemand reingetreten und hat damit echt ein Malheur begangen. War es Fett, das aushärten musste? Kam Fett in die Näpfe? Ja. Das ja. Und auf dem Boden wurden die dann platziert. Platziert, um wenn man nach Hause kommt, die Stiefel damit einzuschmieren. Aha. Und wenn jemand aus Versehen den Napf umgedreht hat, war das Gezeter der Hausfrau sicher. Ach was. Ja. Also total nahliegend eigentlich. Und die waren nicht schlau genug, das Ding einfach mal irgendwo hochzustellen. Richtig. Es hat ungefähr 250 Jahre gedauert, bis irgendeine Bauersfrau auf die Idee kam. Hier, man könnte den Napf doch einfach mal vom Boden auf den Tisch stellen. Bis jemand das Hochstellen erfunden hat. Das Hochstellen wurde erst 15, 16 erfunden. Vorher hat sich alles auf dem Boden. Genau, die haben alles auf dem Boden. Da kam ein Bild. Bis irgendeiner sagt, hier, ich mache mal was Neues. Ich erfinde das Hochstellen. Ja. Und das war um 15, 16. und kurz nach dem Reinheitsgebot. Das weißt du. Das heißt, sonst nichts. Das heißt, ich weiß sonst nichts, aber Reinheitsgebot kenn ich. Reinheitsgebot kenn ich. Ah, das sagt mal laut. Ja. Kurz vor der Prohibition. Genau. Du solltest nicht meine Karten gucken. Ich wollte nur... Okay, gut. Das war's wieder. Schoki-Banuki-Nightshift. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir jedenfalls nicht. Daniel, wie fand's los? Ich fand's so semi, ja. Ja, gut. Wir haben dir von vornherein gesagt, der Christian ist dabei. Was hast du erwartet? Ich fand's auch eher so mittel wie Kunstrasen, weil ihr beiden dabei wart. Mache es gut. Schwenk zu gut. Viel Spaß. Tschö. Tschö. Wer auch unser Studio Bangkok nutzen möchte und mit professionellem Equipment und geschulten Mitarbeitern seine Sendungen, Schulungen oder sonstigen Videos aufzeichnen möchte, der sollte sich an die eingeblendete Adresse wenden. Wenn ihr unseren Kanal abonniert, würden wir uns freuen. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr benachrichtigt werdet und keine Folge mehr verpasst.